Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf meinem Channel. Schön, dass du ein Video eingestellt hast. Und ja, ich werde mit euch eine Runde LWSGSG spielen und das machen wir einfach mal. Ja, das Ganze ist ein bisschen zusammengeschnitten, das zeige ich gleich am Anfang. Denn ich will mal ein bisschen damit arbeiten. Und ich würde auf jeden Fall sagen, die Runde beginnt auch gleich schon jeden Moment. Werde, werde ich das jetzt hier vorschneiden. Und ich renne jetzt einfach mal los und es ist spannend wie die Sau. Und es geht los. Und ich springe erstmal ins denn nach unten, weil ich erstmal die Hälfte meines Lebens. Richtig nice. Wahrscheinlich bekomme ich diesmal eh nur scheiße. Nein, eigentlich richtig gut. Kriege ich auf jeden Fall was. Ja, 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 komm, 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 komm. Hab einiges bekommen, das ist ganz gut. Gebugt hat natürlich nichts. Und ich glaube, die Kiste hat noch keine Sau geöffnet. Doch, sie ist schon, sie ist schon gelootet. Ähm, laberflash auf jeden Fall. Ähm, ich warte auf der Zocker. Wo ist der Zocker? Keine Ahnung, wo der ist. Ich gehe auf jeden Fall wieder nach oben. Ähm, eigentlich wollten wir ein Team machen. Egal, ich renne vor. Ich bin lieber diesen, ähm, dirty bla bla bla. Er könnte mich eigentlich längst töten. Tut er aber nicht. Das ist ganz lieb von dem. Ähm, wir sind nämlich alle in einem Boot, würde ich sagen. Und zwar ein Lifeboat. Und wir rennen auf jeden Fall mal in die Richtung. Ich würde auf jeden Fall Wasser mitnehmen. Unten. Hey, cool. Du kannst Wasser mitnehmen. Yay. Das sind Ruhe. Nice. Ähm, ein Schwert haben wir jetzt auch. Das ist eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir eigentlich ganz gutes Equip. Ähm, ich nehme mir wieder immer alles mit. Ähm, schreibt mal noch in die Kommentare, ob ihr eine bessere Strategie habt. Natürlich habt ihr das. Denn ihr seid meine... Ja. Danke. Ich würde mein Zeug schon behalten. Ihr seid wie immer meine Community natürlich. Ihr habt immer bessere Strategien. Und ich bin total schlecht. Denn es geht. Das wissen wir ja. Aber wir müssen ja auch ein bisschen für Welt trainieren. Ne? So. Wir rennen einfach mal voran. Und ich hoffe, wir können uns hier ein wenig... Oh, der Zocker-YouTuber räumt auf. Okay. Nice. Ähm, die Runde ist für mich ziemlich lame, glaube ich. Ähm, deswegen nehmen wir auch immer mehr drauf. Wir können nichts abbauen. Das ist ziemlich schade. Und, ähm, einen Gegner finde ich auch nicht ein bisschen Ruhe. Ich sehe sie durchbacken. Seht ihr sie auch? Sogar drei, zwei Truhen. Das ist ziemlich nice. Ähm, für diese Bugs kann ich natürlich nichts. Und, ähm, Bug-Using würde ich das Ganze jetzt aber nicht nennen. Denn, na gut, was soll ich machen? Ich habe die Truhen gesehen. Und, ähm, ich kann ja nicht einfach weggehen. Also, könnte ich schon. Aber, wer würde das machen, bitte? Das würde kein normaler Minecraft-Spieler machen. Zumindest ich nicht. Entschuldigung, wenn ich da etwas unfair gegenüber bin. Aber hier unten ist dann auch noch einer. Die nehmen wir. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, dann nehmen wir das hier. Und ich glaube, den Helm können wir eigentlich auch gerade noch nehmen. Ich bin mir nicht sicher, was ich für einen Helm ich habe. Ähm, auf jeden Fall schon den gleichen. Das ist ganz gut. Aber ich habe keinen Ketten-Prost-Panzer. Und jetzt sind wir eigentlich ziemlich gut equippt. Gut, die Truhen da oben können wir vergessen. Ich habe jetzt irgendwie mal Bock auf PvP. Und deswegen suchen wir uns auch irgendwo einen sinnlosen Spieler. Und ich habe noch eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste. Will die haben? Ja, die gehört auf jeden Fall mir. Zwei Kisten. Nicer, nicer. Äh, eine Scheißkiste. Wie? Noch eine Scheißkiste. Prima. Das waren die zwei besten Kisten meines Lebens. Auf jeden Fall. Nicht? So, wir gehen auf jeden Fall weiter. Und Leute, ab demnächst habe ich hier ein Rode-Mikro. Ich raste aus. Ball. Und die Kiste sind voll in den Wald. Wir gehen alle auf der Kiste, das kann ich. Ähm, erstmal Full-Dia machen. Aber können wir leider nicht. Äh, ich hoffe, wir werden auf jeden Fall noch eine Truhe finden. Komm, in so einer geilen Höhle muss doch hier irgendwo eine Truhe sein. Und wie unauffällig, dass die überall Fackeln sind. Hm, die sollen es auch gar nicht heller machen. Ist der Sinn von Fackeln und so, ne, Leute? 1 Uhr, Smalltalk. Ähm, wir gehen auf jeden Fall mal... Oh, zwei Minuten noch. Nice. Ich habe noch einfach gar nichts. Noch eine Truhe. Oh. Nice. Und ich spame auf jeden Fall mal instant hier irgendeine Taste. Nice, nice. Und... Ah, Delay. Du bist bann dran. Der lässt sich töten? Der lässt sich einfach töten. Ja, nice. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Wasser. Und... Und der Typ ist auf jeden Fall auch tot. Ähm... Ja, habe ich jetzt die Runde gewonnen? Nein, da ist noch einer. Einer lebt noch. Ähm... Sag mal, lassen die mich jetzt extra gewinnen? Lassen die mich jetzt extra gewinnen? Logo. Auf jeden Fall, äh, komische Runde. Komisch coole Runde. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal gleich in die nächste Runde. Ähm... Seltsam auf jeden Fall. Äh, wir gehen einfach mal in die nächste Runde. Und wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Leute, wir sind schon in der nächsten Runde und es wird irgendwann starten. Fünf, vier. What the fuck? So schnell? Nein. Und ich backe, schau mal los. Und los geht's. Und ich habe einen guten Start, ich habe einen guten Start, ich habe einen guten Start. Und ich habe eine der ersten Kisten. Und ich kann instant looten. Das ist schön. Ähm... Scheiße bekommen einfach nur. Aber okay, wir rennen einfach mal weg. Und das ist eine Delay-Runde. Oh, nein. Nein, ich will nicht sterben. Ich renne. Und ignorieren wir mich jetzt hier extra? Lassen wir mich hier extra gewinnen in die Runde? Ich weiß es nicht. Ist mir auch vollkommen egal. Ah, nein. Au. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Bitte lassen wir noch ein wenig leben. Ich will doch nur diese Runde haben. Nein. Oh, Leute. Ich würde sagen... Au. Das würde ich sagen, genau. Ähm... Ich bin auf jeden Fall mal tot. Instant. Rettet mich. Rettet mich doch. Opfert euch für mich. Ich bin euer Herrscher. Ich bin der Größte. Und ich bin tot. Yo, liebe Leute. Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall noch eine dritte Runde. Wir sehen uns gerade wieder. Bum, bum, badum. Ich kann nur Zeit. Oh, Flygeslut und Deviled. Loll. Okay, instant. Ähm... Loggen wir uns einfach wieder ein. Uh, da ist Jack. Da ist bestimmt Jack Frostbinder. So, äh... Ja. Uh. Ne? Nächste Runde, meine lieben Freunde. Der Unterhaltungsbranche auf YouTube. Ist mein Team Bro auf jeden Fall nicht neben mir. Das ist ziemlich schade. Ähm... Jo. Ähm... Und es hat begonnen. Lol. Ähm... Das ging ziemlich schnell diesmal der Anfang. Schon wieder. Wenn ich das erste Mal. Und... Ah! Mein Zeug, mein Zeug, mein Zeug, mein Zeug, mein Zeug! Spam! Und ich hab auf jeden Fall einiges bekommen. Ähm... Sehr gutes Equip sogar eigentlich. Ähm... Für den Anfang. Wo ist mein... Wo ist mein Bro? Der Zocker? Okay. Hinter mir. Wir tun einfach mal so, als hätten wir Pfeile. Und hier sind auf jeden Fall ein paar Leute, die wir wegspillen könnten. Aber wir rennen einfach mal woanders lang. Und ich hab echt schon keine Ahnung mehr, wo ich lang gehen soll. Ich kenn diese Map einfach mal wieder gar nicht. Das ist wieder mal wunderschön. Und der hat einen Steinschwert. Gar nicht gut. Also für ihn schon gut. Für uns nicht. Ähm... Zocker Bro ist immer noch hinter mir, glaub ich. Der Zocker YouTube. Guckt auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, falls ihr wirklich YouTube habt. Ähm... Und wir sind auf jeden Fall, ähm... Hier am, ähm... Klimben des tollen Berges hier. Ich hab keine Ahnung, was wir hier finden werden. Mehr als ein Brot, glaub ich, eh nicht. Und wir gehen auf jeden Fall mal hier entlang. Und nice, wir schaffen es tatsächlich, hier entlang zu gehen. Der Zocker YouTube kommt eiskalt mit. Ähm... Hätte ich nicht gedacht. Ähm... Ich hab keine Ahnung, Fripp. Ich steh ohne Equip hier. Würde gerne. Bitte. Habt ein wenig Mitleid für Ortleid. Ihr braucht nur etwas Equip. Spandet jetzt mit der Nummer 01700 533 07 100 7533 0. Ähm... Schickt mir auf jeden Fall ein, äh... Hunderter Paket, äh, von Payshave Karten. Am besten immer 100 Euro. Und die hier spammen wir hinweg sind. Wir spammen sie uns dann weg. Komm schon. Mit der Hand. Profist. Wir profisten sie weg. Und... Was macht sie? Sie rennt weg. Sie hat ein Feuerzeug. Ich hab sie weggehintet. Oh mein Gott, Leute. Das wird ein harter Kampf. Werden wir sie kriegen. Ich renne auf jeden Fall mal hinterher. Ähm... Sie rennt weg. Sie rennt weg. Ich hab sie nochmal bekommen. Nicer, nicer. Ähm... Ich krieg sie auf jeden Fall mal ihr Zeug. Komm schon her. Die will auf jeden Fall in die Mitte. Die will auf jeden Fall in die Mitte. Keine Ahnung wofür. Die holen wir uns. So. Und ich schlag sie einfach instant. Ich schlag sie einfach instant weg. Und gleich haben wir sie auf jeden Fall. Ähm... So. Komm schon her. Komm her. Komm her. Komm her. Du wirst von mir getötet. Und ich werd auch irgendwann irgendwo gehittet. Und die haben wir gleich auf jeden Fall. So. Ich bin auch gleich gut. Das ist auch nicht so dolle. Und, ähm... Das waren auf jeden Fall mal die heutigen Runden. Würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm... Auf du scheiße Racken. Ich bin gleich tot. Und tschüss. Bye bye meine lieben Leute. Ich wurde von zwei Mädchen getötet. Ziemlich klein. Ne. Schreibt mir in meine Kommentare. Wie ihr da findet. Einmal ein Scherz natürlich. Ähm... Auch ziemlich gute Spieler. Und ich würd es auf jeden Fall mal sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm... Ziemlich kleine. Zwei smarte Runden. Und ich weiß gar nicht, ob ich die nehme. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020